Ein wunderschönen guten Tag, mein Name ist Backshadow, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Cyberpunk 2077 und wir steigen aus dem Auto aus. Die Krise hat mit einem glücklichsten Ende. Wie Sie sich erinnern, 35 Miner wurden getrennt in der Untergrund, folgenden eine große große Menge. Guten Abend, Night City! Mein erstes Guest heute ist der Präsident der Kirche von El-Docat. Ich habe vergessen, ein Trainer ich weiß, hat etwas, was du wahrscheinlich nutzen können. Zip in deine Dez. Praise be to Thee, der Vater in Heaven. Ja, ok. Will ich da? Tür zu. Keiner da. Keiner hier. Wir gehen erstmal durch, ne? Hab ich so gedacht. Ach genau, ich wollte mal gucken, ob man die Ansicht noch ändern kann. Ah, Moment. Einstellungen, Tastenbelegung. Allgemeiner Auszoom. Spring, Ducken, bla bla bla. Tritte Haufen, nein, das ist egal. Cyber-Nachladen, Scan... Fahrzeuge... Leider nicht. Anscheinend wohl nicht. Schade. Ich dachte, ich könnte... Oh, yeah. Ok. Er hat auf jeden Fall sein eigenes Waffenlager. Lager hab ich noch gar nicht. Ich hab hier Klamotten. Ah... Neu, ne Publikum, zwei. Ok. Die macht... Warte mal. Die neu, ne Publikum. Ok, die kann ich da rein. Oh... Das ist schon mal gut. Und was? Filter sortieren. Ah... Ok, kann ich die auch? Moment, wie sieht denn jetzt die aus? Ah ja. Ah, hier klasse. Was können da bleiben? Geld. Ganz viele Karten. Können wir es mal in die Uhr packen. Oh, warte, ein Aschenbecher, da weiß ich. Na gut. Ob auch nicht. Nein, wird sie nicht verkaufen. So. Egal, ähm... Wie sehe ich denn jetzt mich... Wie ich denn aussehe. Warte mal. Inventar. Inventar. Oh. Äh, das wird sensiert. Haha. Ok, gut. Das wird sensiert. Ähm. Ja, alles klar. Ok. Ich glaub, da krieg ich... Verärger mit YouTube. Aber... Mein Gott. Kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Ist halt so. Eieieiei. Ne, der nimmt die Schuhe. Die Hose. Die Jacke. Die zählen wir jetzt noch mal nicht. So. Jetzt müssen wir noch mal in den Inventar gucken. Inventar. Alter, du sollst dich anziehen. Zieh die Hose, ja, ne. Hm. Da hat er aber Hochwasser drin. Hallo. Eieieieiei. Das ist okay. Da ist halt kein Item für. Ich finde das andere besser Ja gut Jacke haben wir ja auch eine Die packen wir auch da rein Sieht da wenigstens ein bisschen Happy aus Gut haben wir keine Geismaske haben wir auch keine In den Lager rein Was habe ich denn jetzt noch hier drin Das kann da bleiben Das kann da bleiben Das habe ich angezogen Das kann rüber Das kann auch rüber Okay Und mit dann das Katana nehmen wir auf jeden Fall mit Die Die nehmen wir auf jeden Fall mit Und die nehmen wir auf jeden Fall mit So Jetzt haben wir hier Gewehrmunition Das brauchen wir nicht Das können wir auch drin lassen Die Klamotten ist auch mal drin Das ist das auch mal drin Okay Dann gehen wir nochmal auf E Inventar Da packen wir Das rein Da packen wir das rein Und jetzt tritt es mit Ich gerne das Katana Also na Danke Okay Hatte ich noch irgendwas gesehen In Charakter Kann ich da noch irgendwas machen Angriff Verfügbar Ach du heiliger Oh Oh No Hello Night City Stand the man here In boy with Last night of Scorcher Report to by Oh, V. Did you get any sleep? No matter. Time you got up. I think I might have caught something when I jagged into that Corpo's bile mine. I don't know. Neurovirus or... I need to see Vic. Let him tell me what's got my head reeling, my stomach churning. Okay, let me take you. I brought you a ride. Throw on some threads, meet me downstairs. Okidoki, Popoki. Öffnen hier. Oh. Boah, Alter. Der hat doch eine Tür oder was. Regina Jones hier. Wenn du dich für die Arbeit in Watson schauen willst, gib mir einen Telefon. Wie findest du mich? Ich wusste sogar meinen Namen. Ich weiß, wo ich meine Informationen sammeln kann. Du könntest mich sogar einen Kollektor nennen. Nach später. Wieso kriege ich das scheiß Bild eigentlich nicht weg? Oh no no no. Oh die gehen das scheiß Lagerköp da. wir kriegen nur mit Z wir kriegen nicht weg ey, das ist ein Bug jetzt oder wie? dein Lager ist ja, das ist mir schon klar aber wäre dann cool, wenn du das mal weg machen würdest weil mich das ein bisschen nervte aber ja dann halt nicht das ist auch genug jetzt verschwindet der auch nicht was ist der für ein Scheiß so 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 okay okay ja, schön, wenn du mal das weg machen würdest du aber ich bin nicht mehr in meinem Lager und auch nicht mehr in meine Wohnung und äh, weiß nicht was aber okay hm man of the hour sheesh took you long enough I worked up an appetite, just waiting sit out, let me finish this and we can drop in on senor Vector ende her em car ist äh r j das Weil du normalerweise verletztest. Aber es ist so passiert, ich glaube, ich könnte uns einen J.O.B. Geh weiter. Ich meine, vielleicht ist es nicht so groß wie der Vater. Nur dass er sich von einem nicht gewählten jemandem, Dexter Deshaun. Nur der Topfixer in der Nacht-Fuckin-City. Fertig, Black-Jesus in der Nachwuchszeit. 300 lb. Partly gold-plated Coop. So, was ist die Giga? Wir sind zu kommen, in ein Stück? Unser König und Saviur, will dir alles selbst erzählen. Face-to-face. Kein Druck, aber... ...this whole deal? Er ist auf dich, ich sage. Alright. Wir hören uns, was Dex hat zu sagen. Setz ihn. Wir hören uns. Dex ist ein reales Problem, wenn es zu fixern geht. Don't mich falsch. Ich habe nichts gegen den Padre oder Wachacko, aber Dex ist in der Lage von seinem eigenen. Ich weiß nicht. Nein. Nicht wirklich, nein. Es ist immer die gleiche Geschichte. Wir landen auf frische Turf, der Lokal-Fixer riecht sein, aber er ist schweig. Er sagt, dass du auf deinem Kopf in Gigs und Eddies. Aber nochmals, all you are ist ein anderes Name in der kleinen Black Book. Nicht die beiden von ihnen einen schweig von einem einer schweig von einem einem halbaten Schiff, der der Klienter, auf der Tafel. Natürlich, du schweigst du über die Trink, aber in der Ende, es ist Biz. Es ist Space. Es ist Formidale. Danke, Herr. Es ist ein Riecht. So, rutsch your wheels. Ich muss das mal kurz was in der Kuhn. Let's feel this factory now, Rye. First stop. Ripperduck. And Holmes. Easy on the gas, huh? I just ate. Oh, I was supposed to stop by Vix anyhow. I got a date. Me and Misty. Boah, Alter. Ich hab nicht wie gerade. Leichte FPS-Probleme. Boah. Moment mal kurz. Irgendwas haut da nicht hin. Anstellung. Grafige Anstellung. Warum ist das alles? Wie komisch. Hoch. 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 Alles okay. Racerating ist aus. Da, da, da. Das ist auch okay. Aber, so. Video. Okay. Auf. Monitor. Eins. Ja. warum der jetzt so ist hat er muss ich glaube was für eine auflösung hast du den hier du abwärts mal richtig anwenden danke aha okay also das ist jetzt kaputt das findet sich gleich wieder ein irgendwas auch hier gerade voll nicht hin okay momentan muss ich noch mal kurz gerade keine ahnung warum das jetzt so gerade ein bisschen und spinnt also dass ich meine grafikkarten treiber mal aktualisieren muss das gibt aber nicht nach der aufnahme mal gucken was hier los ist ja ich glaubt ihr merkt dass mit der nicht in den aufnahme aber ich habe jetzt ohne gelogen hier gerade mal scheiß nicht in der färs was ist denn kaputt vicky spriesen die old ripper es gut zu sehen Vielen Dank. But tools, not toys, Vic. Time I bumped up my sights and got a grip. Really? Now? Finally? Vic, shit's getting real. Got a job from Dexter Sean, hitting the major leagues. Neat tactic and perform. The Dexter DeSean? Well, that is something. But let me guess, hasn't paid you yet. Quit crying, Vic. I'll bring you the Eddies later. With interest. You know I will. Hmm. Last time. You hear? Chair, please. Sit down and relax. Kiroshi Optics. Best I've got and should be about right under the circumstances. Now check in. Kiroshi? Whoa. Vic, nothing tops out on the market. Hmm. Sounds like it could come in handy then. I gave you my word I'd pay you back, but this might be too rich for my blood. We'll work something out. Right now, I'm just out to make sure you get back in one piece. Eddies in hand. You peruse and choose while I scan and see what's going on inside. Okay. Here we go. Oh, good. Okay, okay. 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 Mark 1, like I said. Decent enough scanner. Displays data on your cornea. Cherry on the tops of built-in external lens disruptor. In layman's terms, any surveillance cam will capture your faces a blur. Now, just remember, your body will still show up as crystal clear. Hmm. This should do the trick. Talks to Karoshi Tech, too. I'm ready. I'm ready. Carve away. Excellent. Let's do this. Lay that major league arm of yours right here. Just like that. Thanks. Now, a bit of anesthetic, and I can start cutting. Feel anything? Play by play, though. Really, Doc? Makes you sound like a dentist. Always going on and on. Don't be mean now. Remember, I'm old. I got a shaky gannic hand. Could slip. Lights out for a minute, all right? Okay. Let's test this. See the magic in action. Linking you in. You might feel a little discomfort at first. Blurred vision, low contrast, glitches. Well, how's it look? Feel all right to you? Whoa, this is fantastic, Vic. Oh, beautiful. Time for the scanner. It might take you a few seconds to adjust, but first time's rarely the charm, or with anything, really. Scanner should eventually sync with your thought processes, and read your intentions. I also inject an NCPD file search. Run into any near-do-wells? You know exactly what they never did well. You know exactly what they never did well. Ich weiß nicht, was ich zu sagen. Ich sage, dass du das und erinnerstst die Dose. Drei Wiffen jetzt, und andere zwei in einer Stunde. Danke wieder, Vic. Du bist der Beste. Ich habe dich. Ich würde sagen, das war es für diese Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst aber einen Kommentar da über einen Daumen nach oben. Würde ich mich freuen. Und wir sehen uns bei nächstem Mal. Haut rein.